Hi zusammen, wir zocken heute Lucky Farao auf 2 Euro. Ihr seht schon, der Automat hat ziemlich viel gegeben eben. Mal sehen, was wir jetzt bekommen werden. Wir spielen natürlich auf dem höchsten Einsatz jetzt, ist klar. Vergesst bitte zu Anfang direkt mal nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben nachzugeben. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Ansonsten gucken wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, ob der Automat jetzt überhaupt noch irgendwelche Gewinne geben wird. Vielleicht ist er ja jetzt erst richtig heiß gelaufen und wird noch mehr Gewinne geben. Wir werden sehen. Ein Power Spin. Wir starten mal ruhig in die Runde. Da habe ich auch nicht viel erwartet. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Jetzt bin ich, wie gesagt, ob ich mich jetzt auch die Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Zwei Paws, Binzermain. Im Einsatz sind auch echt schnell viele hunderte von Euro weg, wenn wir so weitermachen und nichts gewinnen. Aber wir warten ab. Wir sind noch ganz entspannt. Jetzt kann ja alles noch kommen. Ein Power Spin. Zwei Power Spins. Ein Power Spin. Okay, weiter geht's. Mal sehen, ob wir noch die Zehn Power Spins gleich erreichen werden. Okay. 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 Sollte Impala Spitz. Vielen Dank. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden können. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Sieben Power Spins, mal sehen. Nehmen wir das Geld mit, dann können wir nämlich direkt weiterspielen. Oh, schade. Vier Diamanten wären 100 Euro gewesen. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. In meinen sechs Power Spins nicht schlecht. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Soll ich dann auf und ab die ganze Zeit? Soll ich dann auf und ab die ganze Zeit? Schade, dass die AGs nicht auch in Power Spins vergründet werden. Drei Power Spins. Leider wirklich schwach, muss man sagen. Drei Power Spins. Jetzt haben wir aber echt schon viel Geld verloren. Schade. Vielleicht ist das Spiel tot. Alles gut. Ich meine nur da jetzt auf das Geld rüber zu buchen. Das ist doch schon mal was. Ich denke wir spielen noch bis 250. Und ansonsten müssen wir leider mal rausgehen aus dem Spiel. Immerhin mal mehr als ein Power Spins. Obwohl er gleich viel bringt leider nur. Wir haben nicht mehr viele Umdrehungen übrig. Schade. Dann würde ich sagen. Den Power Spins machen wir natürlich noch. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.